Ladies, Gentlemen und sonstiges, herzlich willkommen zu einem neuen Format von mir und zwar zu React oder Reagieren mit David von BrosTV und auch besser bekannt als EF-Hausen-Zweiz-Bay und ja, ich habe direkt eine Challenge für euch, falls ihr mich zum Lachen bringen wollt oder mich zum Weinen, was auch immer schickt mir ein paar Videos einfach oder schreibt sie einfach unten in die Kommentare, was ich angucken soll und ich werde sie dann angucken und ihr könnt dann meine Reaktion darauf sehen und ja, das ist das neue Format von mir und falls ihr direkt denkt, wow, das ist eine geile Persönlichkeit, mit dem möchte ich Bro sein dann joint direkt der Bro-Army und dann werden wir gemeinsam YouTube einnehmen mit der Bro-Army gemeinsam wir sind die Bros, wir sind die Army, wir kriegen alles hin also Leute, drückt auf den Abonnieren-Knopf, liked und teilt, falls euch das Video direkt gefällt und wir starten mit dem Video von Kartoffelpuffer Versuche nicht zu lachen, Extreme Version, Try Not to Love, All Green, Hashtag 9 Los geht's, versuche es Kartoffelpuffer, du wirst es glaube ich nicht schaffen und falls ihr andere Nicht-Lachen-Compilations von mir aussehen wollt, dann geht auf meinen Kanal ich habe selbst ein paar Videos darüber gemacht also dann, genug gelabert, los geht's und dann, genug gelabert, los geht's mit der Werbung her Ach du Scheiße, Alter, das ist doch Scheiße Achja, ich fordere euch noch heraus, selbst nicht drauf zu lachen ready, one, two, three, catch Süß Was geht mit denen ab? Alter Alter Hä? Also ich weiß nicht, ich habe ein paar Videos von Kartoffelpuffer gesehen bis jetzt fand ich keinen davon, das ist wirklich spitzig Also, wie gesagt, falls ihr Fake-Compilations für mich habt wenn die Kommentare schreiben und versuchen mich zum Lachen zu bringen, das wird jetzt nicht zu leicht sein total schwach total schwach Das ist echt nicht lustig Das ist lustig Aber ich kenne es leider schon Ja, wer will euch essen? Ja, du Kleiner wie gesagt, wie geht's wie säus wie säus wie säus Bis jetzt gar nicht schlussig, also wirklich Wund ist denn so süß? Was ist denn so süß? Was ist das? das wird so scheiße schwach total schlecht ich habe noch nie so eine beschissene fake also ich fette die fake operation total schlecht also wirklich total schlecht ich habe noch nie so eine scheiße gesehen ich dachte der spuck mir ist alles zu krass gewesen so das war's mit dem video mein fazit totaler scheiß durchgehend kartoffelpuffer macht bessere videos das soll jetzt kein hate sein so eine kritik war jetzt nicht mein video geschmack war jetzt nicht mein geschmack einfach durchgehend hier weg war nicht lustig für mich tut mir leid dass ich scheiße gesagt habe ich möchte ich damit natürlich nicht prozieren aber ich finde es halt scheiße naja ladies gentlemen sonstiges falls euch dieses video gefallen hat dann lassen like abo und teilt das video falls ihr zu der bro army gehören wollt und ja das war's eigentlich ich bedanke mich fürs zuschauen und sage nur eins tschau und auf wiedersehen euer ifa aus den zweihets play alias der david haut rein die Untertitelung des ZDF, 2020